Wir produzieren E-Rocket, das Motorrad der Zukunft und das erste pedalbetriebene Elektromotorrad der Welt. Der Clou ist ein intuitiver Pedalantrieb, bedienbar wie ein Fahrrad, rasant wie ein Sportwagen. Stell dir vor, du steigst zum ersten Mal auf ein Bike, was dir bis dahin völlig unbekannt war. Nach 60 Sekunden hast du die Funktionsweise verstanden. Nach zwei Minuten sprudeln die Endorphine, weil es dir einen Fahrspaß beschert, den du vorher noch nie erlebt hast. Wetten, the greatest bike ever. The nice thing about the E-Rocket is that everybody knows how to ride a bicycle, so you already know how to ride the E-Rocket. The shape of the bike is unique in that way. But from the riding perspective, it's definitely unique from the suspension to the way the seat is on it as well. It's just a cool bike. Wir wollen einen Teil dazu beitragen, die Welt sauberer und für nachfolgende Generationen besser zu machen. Man mag sich fragen, ist dies allein durch die Kraft eines neuen Fahrzeugs möglich? Wir meinen, ja. Höchstgeschwindigkeit 80 Stundenkilometer, Reichweite 120 Kilometer. Mit Ökostrom oder Strom aus der eigenen Solarzelle betankt, fährt das E-Rocket klimaneutral. Das E-Rocket ist agil, rasant, sehr sicher und hat ein preisgekröntes Design. Wir gehen mit dem E-Rocket auf Roadshow und zeigen, wie viel Spaß Elektromobilität machen kann. Freut euch auf Probefahrten und viele weitere Infos rund um das Thema Mobilität der Zukunft. Mit eurer Unterstützung bei Startnext wollen wir unsere nachhaltige Botschaft und unsere einzigartigen E-Rockets in ganz Deutschland zeigen. Viele Menschen unterstützen uns bereits. Grundsätzlich finde ich das erstmal ganz toll und eine coole Richtung. Und vor allem finde ich es an diesem Ding so gut, dass es nicht so bullig ist und nicht so breit und nicht so groß und nicht so fett. Ich glaube auch viel einfacher handelbar. Also ich persönlich unterstütze E-Rocket, weil ich damit nachhaltige Elektromobilität mit absolutem Fahrspaß verbinden kann. E-Rocket ist in meinen Augen das Fahrzeug der Zukunft, weil es nachhaltig ist und einen trotzdem noch sportlich fortbewegen lässt im Alltag. E-Rocket unterstütze ich gerne mit Namen, mit Geld, mit allem was man so zur Verfügung hat. E-Rocketes Untertitelung des ZDF, 2020